Leute, bevor das Video beginnt, wir haben heute Abend um 18 Uhr ein fettes Turnier auf unserem Gaming Kanal, von daher schaltet ein, kommt vorbei, ihr könnt was gewinnen, gebt den Creator Code John Wick natürlich ein und bis zum nächsten Mal, nee, bis zum Livestream, ja, bis gleich. Leute, bevor das Video beginnt, wollte ich euch doch sagen, wie ihr seht, ist dieses Pack jetzt draußen, was eigentlich sehr, oh mein Gott, ich glaube, ich hole mir das sogar jetzt gleich, Leute, also ich glaube, ja, safe, ich bin auch so cool, wie geil das ist, mit dem Creator Code Ken Wick natürlich, könnt ihr die Skins auch kaufen, ist eine kleine Unterstützung, werdet gemeinsam den meinen Creator Code angibt, ich küsse euren Augen, so werden auch gefühlt manche, was sie das Turnier veranstaltet, ihr wisst Bescheid, mit ein bisschen Support, gibt es was an euch zurück, Leute, ihr wisst Bescheid, deswegen, bitte gebt den ein und jetzt viel Spaß beim Video. Pschsch, Leute, was kann man mit dem SK auf YouTube? Ich weiß gar nicht, ob John überhaupt ein Intro gemacht hat, aber Leute, ich weiß, was John vorhat, er will euch den besten Spot in Fortnite zeigen, wo man landen kann und wo man richtig abgehen kann und ich hab gedacht, wo John jetzt weg ist, ich mach das einfach, dann einfach bei Cately, weil er wollte auch bei Cately landen und euch einfach zeigen, ich zeige jetzt, wie das geht, weil John ist eh los, der kriegt das nicht hin, das sind aber nicht meine Settings, das sind John Settings, mit dem Bescheid wisst, so. wir landen natürlich erst da oben und danach gehen wir runter weil ich will euch zeigen wie man hier rasiert das geht schon ich zeig den leuten wie man kid wo der beste doch machen ja kannst du gleich danach machen ich bin der arbeit weg ich lande erst da oben dann gehe ich runter ich mach ich immer so lange ist nicht mal kitzig ich sag doch ich bin wild wenn die blut haben ein ich mag ich bin jem wick der bratan aller bratan ich bin wild leute habt ihr es gesehen schon gilt nicht weil ich wild bin junger macht doch ein du gehst ja dann müssen sie an diesem typen stamm will ich nicht weiß warum weil ich gebe der jagdgewehr headshot leute jetzt ich habe zwei kids macht das sind nicht mal am ansatzweise meine settings hier trotzdem erst mal die potzke jedoch einfach der schlocker trezor geöffnet ja geht doch ein third party das ist ein bord das ist ein bord ja was erholt hast du den wird gesehen wo sie wir haben sind ja trezor ist wahrscheinlich sogar schon auf kannst du nicht durch jedoch steht da hin ich kann lass mich doch mal ruhig fack dich da auch nicht ab wenn du spiel Ja doch! Kill den doch einfach den Bot, der wird dich tut, der wird dich ja zuhlen, der wird dich nicht tun. Aber du darfst dich können nixen, ich sag's dir doch, der wird dich schluss. Olom, du kleiner Affe, lass mich doch diese Scheiß... Die gönnen. Warte, die lassen mich nicht in mein Leben gönnen! Ja, ich kann! Was ist das? Flairgum? Seit wann haben das Bots? Das haben die Bots. Was macht der? Geh einfach rein, ich brauchst dich. Ich brauchst dich. Ich brauchst dich. Oh! Warum schreist du? Weil die krass war. Was hatte der für eine Pump, die normale? Ja, weich! Ja, Jan! Sie macht Bots hier aufm schießen! Ja, ach! Geh dich verkleiden! Links! Ja, dann nicht! Wow, hör auf! Verkleid dich! Verkleiden! Was mach ich denn, Jan? Ja, du läufst zum Berghof! Das war kein Bot, das war nie im Leben ein Bot! Doch, Bots sind auch so krass im Leben! Alter, das war nie im Leben ein Bot! Ich sag ja, die sind anders krass! Ja, aber du bist nicht so krass! Du brauchst die, da liegt die Pump! Die Pump liegt da einfach so rum! Da liegt die Pump! Ja, ich hab's doch gesehen! Chill, ich hol mir die! Ey, wo ist die Karte aber? Die liegt doch auch direkt da! Und da muss auch, da liegt doch irgendwo die Kamera! Oh, ich hasse die Waffe, aber! Lass mich weiterspielen, bitte! Nein, warum? Weil ich krass bin, ne? Geh auf Dach hoch! Geh auf Dach hoch! Geh auf Dach hoch! Auf Dach, auf Dach! Du brauchst auch den Granatwerfer! Boah! Auf den anderen Dach! Vielleicht liegt der da oben, der Granatwerfer! Guck mal! Jetzt guck, liegt der da irgendwo? Oh nein! Ah, ich brauch den! Ja, Fail! Ich muss die suchen! Ja, du findest den nicht mehr! Der ist safe abgehauen! Oh mein Gott! Ich hab sie! Ich hab sie! Ja, nimm! 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 Statt Sniper! Statt Sniper! Da! Ja, push den! Der wird dich shitten! Was für ein Bot-Gegner! Warum krieg ich nicht so welche gesehen? Der hat diese Dreckspump! Was für Dreckspump? Push den doch! Ja, der hat diese Dings... Du hast doch eh nicht zu minden! Du musst ihn pushen! Push den! Der wird dich shitten! Lad die Pamp einfach auf! Warte bis er bei dir reinkommt! Anders kannst du nicht spielen! Der wird dich holen! Wie spielst du? Warum holst du mal deine Zunge bei Nineties machen raus? Mach sogar Nineties ohne... Pfff! Das bringt was nicht! Oh mein Gott! Ich hab mir übrigens nen Hit gegeben! Hast du gesehen? Gib zu! Boah! Fast! Boah, John! Gib zu! Das war eigentlich krass gemacht! Abi, Abi! Wer bin ich? Tschö mal! Wo ist der? Warum ist das nicht meine, wann es doch ist? Wo ist so ein? Oh mein Gott! Ich muss ihn pushen! Ja, push! Ja, push! Der pusht dich! Komm, den hast du, Abi! Der ist los! Was machst du? Du bist so! Na, du bist gut! Ja, du hast besser gespielt, aber ich bin schlecht! Nein! Ich hätte ihn geholt! Hättest du nicht! Egal, komm, zeig du wie es funktioniert! Egal, Leute! Ich bin besser geworden! So, Leute! Jetzt kommen wir zu meiner Runde, der natürlich viel krasser wird, als... Was machst du? Passt auf euch auf! Hey! Das sind meine! Ich freu mich! Das sind meine! Ich hab die gewonnen! Junge, das sind meine Küste überhaupt! Ich schwöre, die Chips sind so geil! Ich hab gehofft... So als... Snow of... Nur weil er YouTuber ist oder so... Ich schwöre, ich hab glaub... Also, vielleicht... Hab vielleicht noch nie so geile Chips wie dir gegessen! Die schmecken extrem lecker und sind so... Aber du hast die einfach nur perfekt gemacht! Egal, lass dich mal Chips drin, sonst esse ich gar nicht wieder welche! Ah, da ist diese Cat-T-Cat am... Du... Ich werd' jetzt shippen! Hätt' mich fast hochgenommen! Aber noch FASST! Was genauer? Gete уров quero... Ist ja vom Maus pack jeder von Cheatorov findet sich gut drin. Was? Was? Ich weiß ja, blew clair. Nice. Problem ist, hier habe ich keine Wokatämon mehr, lol. Shit, Leute. Nein, bitte nicht. Das war knapp. Ich dachte, ich wäre tot, Leute. Ich dachte, ich wäre tot, aber zum Glück nicht. Da haben wir von Haie und Bots angegriffen. Boah, der hat sich zwei Slurpfische gegönnt. Ah, du bist tot. Oh mein Gott, der ist in Gold. Oh mein Gott. 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 Geht, ey, boh! Du veraimt! What? Du veraimt das ganze Zeit. Ja, das hat grad niemand gesehen. Rauskappen, Kappa. Geht, 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 90s! Geht! 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 Keine Fall, es war gut gemacht. Du weißt es gerade selber, ne? Geht! Wasser am Boden! Geht! Warte mal! Geht! Leute! Geht! Puede! Geht. Geht! 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 Vielen Dank.